so ein paar kröten haben wir hier noch gucken wir mal heute auf 40 mein absolutes lieblingsspiel wo ich nie was gewinne war jetzt ironisch gemeint ist ja nie war 640 20 kommen ich fasse was ist denn nun kaputt meine krieg mal was bei multivolt das ist ja wirklich der hammer oder mannweiler das finde ich ja gut dann ist ja noch eine kreppel 19 20 jetzt oder warum ich weiß ist was ist hier los man nicht drinnen da aber zu früh gelobt so ich glaube hier haben wir angefangen wenn ich mich nicht irre die hatten wir auch schon mal was sagt unser kärtchen okay das war eindeutig ein Keachner Raider Raider Tja auf jeden Fall 40 Cent, die Glode bauen wir mal öfter. Da haben wir höhere Summen schon schneller verballert. Komm, 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 Mann! Du musst doch mal durch hier in die Kiste. So, jetzt müssen wir irgendwie noch hier so ein bisschen was machen, sonst ist hier schon eine Schicht im Schacht. Oh, jetzt sind sie noch. Oh, jetzt sind die Kiste. Na ja, jetzt sind die Kinder schon bald kaputt hier. Ach, ist da nicht zu fassen. Ach, jetzt können wir eigentlich mal hier so ein bisschen, guck mal. Niedlich. Oh, jetzt haben wir so einen Brummer hier. Oh, ich mach gleich 20 Cent. Zeug dir. War ein Scherz. Sieh, die 60 Cent will er nämlich ja nicht. Ah, weil er nicht schafft hier. Ja, so oder so ähnliches sind immer. Ach, verflixt noch irgend. Ach, verflixt noch.